Hallo, ich bin Stefanie Ruhl und arbeite bei DB Training Learning & Consulting. DB Training Learning & Consulting ist Teil des DB Konzerns und einer der größten Qualifizierungs- und Beratungsanbieter auf dem europäischen Verkehrsmarkt. In einem etwas größeren und komplexen Projekt standen wir vor der Herausforderung, viele Mitarbeiter über unsere Projektinhalte und Projektergebnisse zu informieren und nicht nur zu informieren, sondern sie auch zu begeistern und sie mitzunehmen. Dafür brauchten wir jetzt also ein Medium, was sich von den anderen etwas abhebt und nicht so das ganz übliche Kommunikationsformat ist. Und so entstand die Idee, ein Erklärvideo zu produzieren. Die Zusammenarbeit war super und professionell. Wir hatten einen festen Ansprechpartner und konnten jederzeit mit all unseren Wünschen und Fragen und Ideen anrufen. Wir hatten nie das Gefühl, dass wir nerven, sondern wir haben immer freundliche und super flexible Reaktionen bekommen. Das Erklärvideo kam dann so gut an, dass wir in dem Projekt auch noch weitere Erklärvideos und Realdrehs umgesetzt haben. Auch eine Gesamtillustration als Grundlage für eine Prezi haben wir uns erstellen lassen. Und all diese Produkte als Gesamtpaket kommen so gut an. Wir bekommen ganz tolles Feedback vom Mitarbeiter bis hin zum Vorstand. In Veranstaltungen sind genau diese Dinge immer das, was bei den Teilnehmern am einprägsamsten hängen bleibt. In Veranstaltungen sind genau diese Dinge immer das, was bei den Teilnehmern am einprägigsten,